Isabel Kerowski ist eine deutsche Fußballspielerin, die seit der Saison 2014 15. beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Karriere Isabel Kerowski wuchs im Berliner Stadtteil Hellersdorf auf. In ihrer Jugend war sie eine erfolgreiche Leichtathletin. Nachdem ihre Zwillingsschwester Monique im Jahre 2001 einen Knorpelschaden im Knie erlitt, fing sie eher zufällig mit dem Fußballspielen an. Als sie sich neue Fußballschuhe kaufen wollte, traf sie zufällig auf einen Vertreter des BSC Marzahn, der neue Spielerinnen für die Mädchenmannschaft suchte. Innerhalb kürzester Zeit wurde Kerowski in die Berliner Auswahlmannschaft berufen. 2005 gewann sie mit der Berliner Auswahl den U18L Ender Pokal und wurde Torschützenkönigin des Turniers. Ihr Talent blieb auch dem 1. FFC-Turbine Potsdam nicht verborgen. Im Sommer 2005 wechselte sie zusammen mit ihrer Schwester zum Bundesligisten. Gleichzeitig besuchten sie von nun an das Internat an der Potsdamer Sportschule. Schon in der ersten Saison konnte Kerowski sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal gewinnen. Im Pokalfinale gegen den 1. FFC Frankfurt erzielte sie das Vorentscheidende 1 zu 0. Am 12. Januar 2008 gewann sie den DFB Hallenpokal. Am 24. Januar 2009 gewann sie mit den Turbinen erneut den DFB Hallenpokal und wurde mit fünf Toren Torschützenkönigin des Turniers. Am Saisonende wurde sie mit ihrer Mannschaft zum zweiten Mal deutsche Meisterin. 2010 gewann Kerowski mit Potsdam nicht nur erneut die deutsche Meisterschaft, sondern auch die Champions League. Zur Saison 2012 Dreizehntel unterschrieb Kerowski bei Bayer 04 Leverkusen, wo sie sogleich zur Mannschaftskapitänen ernannt wurde. Nach zwei Jahren wurde sie in Leverkusen verabschiedet und unterschrieb zur Saison 2014 Fünfzehntel einen Zwei-Jahres-Vertrag beim amtierenden deutschen Meister VfL Wolfsburg. Im Juli 2006 gewann Kerowski mit der U19-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in der Schweiz. Im Finale erzielte sie zwei Tore. Im Juli 2007 verteidigte sie mit der U19-Auswahl den Europameistertitel. 2008 belegte sie mit der U20-Nationalmannschaft den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Chile. Zuletzt gehörte Kerowski bis 2010 zum Kader der U23-Nationalmannschaft, für die sie in zwölf Spielen fünf Tore erzielen konnte. Am 10. Mai 2007 gab beim EM-Qualifikationsspiel in Wales ihr Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Fast sechs Jahre später wurde sie aufgrund einer Verletzung von Bianca Schmidt von Bundestrainerin Silvia Neidt für den Algarve Cup 2013 nachnominiert. Dort kam sie in der Partie gegen Japan zu ihrem zweiten Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Im Vorfeld zur Europameisterschaft wurde sie nach der verletzungsbedingten Absage von Alexandra Popp nachträglich in den vorläufigen deutschen Kader berufen. Beim 6-0-Sieg gegen die Türkei am 8. April 2016 erzielte sie mit dem 1-0 ihr erstes Länderspieltor. Zudem gelangen ihr noch die Tore zum zwischenzeitlichen 3-0 und zum 6-0-Entstand in der Nachspielzeit. Erfolge Beste Spielerin der U19-Fußball-Europameisterschaft 2006 Privat Zurzeit absolviert Isabel Kerowski eine Ausbildung zur Tischlerin. Auf ihrer Stirn hat sie eine längs verlaufende Narbe, während ihre Zwillingsschwester Monique Kerowski eine quer verlaufende Narbe auf der Stirn hat. Würgen Würgen Würgen